Er ist der englische Erfolgskomponist Andrew Lloyd Webber, der vor allem durch seine Opa Jesus Christ Superstar, die er 1971 herausbrachte, in dieses Eile Weltrum erlangt hat. Weitere Erfolge erreichte der Komponist mit den Musicals, Cats, Evita und seit neuestem Starlight Express. Jesus Christ Superstar ist eine musikalische, im Stil des Rocks sehr überschwänglich komponierte Leibesgeschichte Jesu. Er freuen wir uns nun noch einmal gemeinsam mit dem Chardonnay-Blas-Orchester Kärnten, die über die wunderschönen Melodien dieser Rockoper in einem Medley von Willi Hoffmann als Blas-Orchester arrangiert hat. Gleichzeitig darf ich mich nun von Ihnen verabschieden und mit diesem Stück Jesus Christ Superstar geht unser offizielles Programm zu Ende. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für den reichlichen Applaus und ich hoffe, dass Sie sich gut unterhalten haben. Applaus 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 Musik 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 Amen. 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 Amen.